Oh ne, Alter, die ganze Benz, die Kasten, die wild. Ich fand die lustig. Du kriegst eigentlich auch... Aber die Fähigkeiten von Sora in Smash sind so gut... Ja, keine Ahnung, ich hab Sora in Smash nicht gespielt. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich Smash gespielt hab, dass es da Sora glaub ich noch nicht mal gab. Weil Sora ist ja glaub ich DLC-Charakter gewesen oder so, ne? Mhm. Ja... Der letzte seiner Art. Ja, der neueste. Stimmt, ja. Ja, ich weiß, wenn in Smash wieder ein neuer Charakter rauskommt, dann gibt's auf jeden Fall wieder einen Stream von Duntano, wie er den neuen Smash-Charakter antritt. Aber wie kann ich denn? Sora ist der Letzte. Und das wurde auch schon bestätigt. Ach so? Ich finde, im selben Direct hat er gesagt, er ist der Letzte. Und die meisten Fans wollten auf Sora. Schon. Ab dem dritten Direct schon. Kostet 6 Euro einzeln. Hat er mir einzeln geholt. Okay. Na ja, dann... Denk ich mal, wird wahrscheinlich... Mit der Switch 2 wahrscheinlich... Dann auch irgendwann ein neues Smash-Release. Wenn nochmal ein Smash rauskommen sollte. Leid. Ab mir jetzt. Der gegauscht in meinen Arschloch. Da war ein... Aber das... Aber das... Das geht aber ein. Der ist ein... Guck! Der ist ein... Der ist ein... Guck! Der ist ein Fuß! Der ist ein Fuß, Digga! Schmutz! Der ist ein Fuß. Der ist tot. Oh mein Gott! Er kann hier viel auswählen. Was jetzt Teile 1... Ja. Fangen mit Kingdom Hearts Final Mix an. Ich hab's hier schon so logischer und logischer gemacht! Weil... Alles, was danach kommt, du solltest erstmal... Also wenn du rein theoretisch nach der Story hergehen willst, musst du dann mit Kingdom Hearts Both by Sleep anfangen, aber ich lebe dir ans Herz, Alter, fange Kingdom Hearts 1 an. Ich verstanden, wenn du es jetzt Back to Back ender bist. Ja, und er war hinter mir. Er war hinter mir. Wird denn alles gespeichert? Ja, sobald du einen Gang separat beim Speicherpunkt speichern tust, ja. Das heißt, es ist so unschützend. Plus der M-D-Reit. Dann wünsche ich dir viel Spaß auf jeden Fall, Alex. Oh, stimmt, jetzt habe ich ein Problem. Ich habe ja eine Steuze drin. Haben wir den Abschlussangriff vor? Scheiße. Ich glaube, ich könnte es trotzdem. Alter, geh stiften, geh stiften. Ja! 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 Oh mein Gott! Manuel! 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 Manuel oder Autobilderkamera? Was haben wir denn? Clem!